Ja, wir sind live, Baby, ja. Freunde, unser dritter IRL-Stream, Freunde. Also ich sag mal so, das macht mir echt Spaß. Macht es nicht Spaß, wenn wir ehrlich. Freunde, ich bin euch ehrlich, das macht sehr Spaß. Heute auf ChilliFußball. Wir haben drei geile Matches vorbereitet für euch. Drei geile verschiedene Disziplinen. Aber was ihr nicht wisst, danach, die IRLs werden high class. Ich schwöre euch alles. Richtig geil. Auf jeden Fall noch dieses Jahr, Freunde. Übrigens, zu der Verlosung, damit ihr Bescheid wisst. Seid nicht sauer, Freunde. Heute können wir leider nicht verlosen, weil wir halt nichts zum Auslosen haben. Dafür verlosen wir morgen zwei Sachen. So, ich will dich dann rumzögern. Wir haben die paar Gäste am Start. Nein, wir brauchen eigentlich erstmal einen Schiedsrichter, oder nicht? Schiedsrichter, oder? Alter, der ist extra aus Indonesien eingeflogen. Einen Applaus fürınıus. So, das erste Spiel ist... One-Touch? One-Touch-Challenge, Freunde. One-Touch-Challenge. 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 1er, weißt du, 1-Touch. Also, ich werde an der Linie stehen, an dem Tor, wirpfe den Ball hoch. Ey, ein Hype-Trenner hat sich. Ey, Jungs, ein Hype-Trenner hat sich. Leute, was braucht man natürlich, wenn jemand den Ball schießt? Im Tor braucht man doch jemand. Wir haben extra einen aus... Wambladesch! Na, aus Dschungel. Aus den Dschungeln, aus den tropischen Inseln, Freunde. Ein Applaus für Hassan! Hassan! Boah, Bruder, wieder eins für alles. Seid mal echt, bewertet mal so einen Autochat. Seid nämlich aus wie ich. Meine lieben Freunde, jeder hat fünf Schüsse. Ich werfe den Ball fünfmal pro Person hoch. Daneben ist daneben, zählt erst kein Tor. Nur einmal darf man ihn berühren, also direkt. Meine Fresse, ja. Meine Güte. Ich war angefangen, macht mir alles kaputt, Bruder. Cornelio schmeißt den Ball und wir müssen sofort schießen. Guck mal jetzt, Ronaldo. Guck mal, guck mal, guck mal, warte. Der Verlierer zahlt den Platz. Der Verlierer zahlt den Platz. Hoffnung, wir haben schon gezahlt. Okay. Boah, du Scheiße, ja. Was soll ich machen, wenn nicht mal der Schiedsrichter das hinkriegt? Der Schuss war richtig fest. Ich seh euch ehrlich, Bruder. Wie findet ihr überhaupt meine Haare? Ah, scheiße! Stark, aber wie findet ihr meine Haare? Seid mal ehrlich, Bruder. Geil, ne? Geil, ne? Mein Gott, ja. Ich mach Tornado Kick, warte! Bruder, Bruder! Die Linie ist doch hier, hast kein Einschätzungsvermögen, Bruder! Ja, zählt, Bruder, zählt! Ich hab den noch nicht berührt. Hast du den nicht mit deinem Handcraft berührt hier? Aber das zählt doch gar nicht, Bruder. Ja, Bruder, geh mal raus jetzt. Ich schau auf mit dem Trick. Chat, guckt jetzt! Meine Fisse, ja! Junge, da ist das Tor, ne? Ja, halt's Maul! Hey! Boah, die ist amma! Boah, die ist amma! Boah, da merkt man, wie sich Katastrophen riecht. Ich glaube, ich muss wieder den alten Jordan rauslassen, Chat, ja? Ich muss, glaube ich, einfach schießen. Wie findet ihr diese Haare? Guck mal, jetzt! Ey, wie heißt es einem Fußballspieler, der geflogen ist? Manuel Neuer war das, kennt ihr das? Was machst du da, Junge? Schieb doch mal an! Sag mal doch, Leise, Junge! Boah, hast du Schienball schon eine Ahnung ohne Stutzen? Was? Oder für den Fendi-Drip? Hast du keine Ahnung, Bruder? Nein, weißt du, was ich gelernt habe? Ich versuch immer, irgendwelche Tricks wegen dem zu machen, aber ich schieße jetzt einfach. Und wenn ich einfach nach meiner Art und Weise gehe, dann geht da rein. Ja, zeig mal kurz, wie das geht. Chili! Ronaldo! Ja! Ich fühl so schlecht, ey! Ey, Chat, seid mal ehrlich! Was kann ich für einen Trick im Tor machen, ja? Ich brauche eure Hilfe! Scorpion-Kick! Scorpion-Kick! Das ist Scorpion-Kick! Scorpion-Kick ist springen und dann so. Dann machen wir jetzt den Scorpion-Kick! Okay! Mann, du bist ja! Ey! Der war aber gut, der hätte den getroffen! Ja, normal war der gut, Bruder! Drei, zwei, eins! Ah, bitte, ja, bitte, ja! Bruder, was hast du für einen Plastik-Fuß den du hast, Junge, ja? Du hast richtige Börek-Füße, Mann! Was hast du denn für Füße, Junge, ja? Guck mal, jetzt mein Scorpion-Kick! Ich schauf alles! Mann, du, ja! Ah! Ich glaube, ich habe einen Dehnerriss, ja? Dehnerriss? Wie viel Schuss ist das jetzt? Okay, wer zuerst einen reinmacht! Aber der geht! Der, der den zuerst einen reintrifft! Wenn es den aber anfängt, einen reinmacht, darf nur John nachziehen! Ja! Was machst du denn, Tor? Steh mal auf! Jet, guck gleich mein Scorpion-Kick, ja? Boah, ich schieß jetzt so in seine Fresse, reg mich voll auf, ja? Der sieht aus wie ich, ja? Der sieht aus wie ich! Komm, wie ne Juch! Was ist los? Boah, Bruder, ich schauf alles! Ich geh irre dem, ja? Latte rettet, oder nicht? Latte rettet! Okay! Boah, ich kenne das doch auch voll gut, ja? Meine Fresse, ja! Geh mal zur Seite! Ich zeig dir, wer es geht! Das ist mein Lieblingstrick! Ja! Über den Wolken Kann die Liebe doch grenzenlos sein! Boah, es geht heute so in eine falsche Richtung! Ich schlaufe meine Mutter! Ey, wenn ich den reinmache, habe ich die Challenge gewonnen, ne? Come on, come on, come on! Schnell, schnell, schnell! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, der war gut! Ah, nochmal! Du hast gut angefangen, aber schlecht nachgegangen, ehrlich! Ehrlich, ehrlich! Oh mein Gott, der kommt so gut! Oh, bitte geh doch mal rein, Alter! Chat, eine Frage! Fallrückzieher, Scorpion Kick oder normal? Ihr seid jetzt gefragt! Komm auf, Mann! Wenn ich sag jetzt, dann wirft ihr Ball! Wohin? Hier hin! Jetzt! Mein, das kriegst du, Mann! Ey, wir machen jetzt ab dem Elferpunkt, weil es macht gar keinen Sinn! Also, Goal und Goal! Wer den reinmacht, hat mich reingemacht! Ey, ich hab einen Schuss wie ein Tiger, Bruder! Bleib wirklich entspannt, ne? Pass auf die Show! Was los?! Ach, mein Arm zu mir! Ey, shit, shit, shit! Das da, das hält nicht! Ah, fuck! Gib! Genau, jetzt trifft er auch! Das ist nicht mehr, das ging immer sehr! Chat, wo seid ihr, wenn ich euch brauche, ja? Vorbei! Chat, ich muss den nur reinmachen, ich schwöre, das ist Geschichte heute, ja? Ey, ich weiss, warum das nicht, warum das so ist, weil das sind unsere Studio-Bälle, die sind so weich, Alter! Was macht Mario Götze daraus? Oh, da waren die Börek-Füße im Spiel, ja? Was hast du für ein Flatschen, Bruder? Was macht der aus dem Ball, was macht der? Der ist rüber! Ey, was ist los, Junge? Und guck mal, für diesen Torjubel, was ich jetzt mache, ja? Für so'n provokanten Torjubel guckt jetzt, was ich mache, wenn der rein ist. In die rechte Ecke. Wie fühlen Sie sich dabei? Wie fühlen Sie sich? Das war echt nicht gut. Das war echt nicht gut. Das ist echt, oder? Das war echt gut. Die erste Challenge? Geht am Samy! Ey, Alter, das ist geil, das ist cool. One-Touch-Challenge gewinnt der Samy. Oder was ich mir gedacht habe, das ist, man nimmt von da Anlauf. Wenn ich dran bin, ist der Jordan hier der Abwehrspieler. Er ist der Abwehrspieler, ich muss durch ihn durchtricksen. Ja, ja, das machen wir. Das machen wir, ne? Das machen wir. Ich bin so ein Genie, Alter. Okay, du darfst kurz den Chat halten. Was machst du, was machst du? Ja, Ende, Ende. Ey, ich bin so schlecht. Ich hab den. Ganz einfach. Ich bin so schlecht. 100% Ballpresse. Ich bin Leon, der unbesiegbare Sieger. Nein! Nein! Meine Frisch hat kaputt den Fußball! Pustet mal jetzt alle drauf, Freunde. Danke. Ihr bringt mir echt Glück in mein Leben, ne? Meine Frisch, warum klappt das nicht bei mir, ja? Ich pisse gegen dich selber, Bruder. Das ist der Unterschied. Freunde, das ist die Jugend, die Lunge. Ah, ja. Boah, das ist nicht gut, ne? Ich merke, dass meine Lungenflügel sich zusammenbeißen. Ja, das ist in Europa, ja, mit dem weissen Namen. Echt, ne? Chill doch mal, chill doch mal! Was denn? Seit wann muss man denn chillen? Ah! Was ist los? Der geht am Aussektor! Was ist die denn? Ich bin bei der Eiken-League. Ey, ihr seid so geil... Ich bin bei der Eiken-League, ich bin bei der Eiken-League ja. Ich bin bei der Eiken-League, der Eiken-League. Und das? Ich bin dabei, die Eiken-League. Ja und? Lass mich doch! Vielleicht hab ich ein 10er-Set gekauft. Pizza? Ja, ich weiß. Man merkt, ich hab gerade noch gegessen. Freunde, meine Message bei Fußball ist, lass den auspowern und dann komm ich. Wie ein Skorpion. Ich komm aus der Tasche. Die Summer Jam. Boah! Ey, der war drin! Ja! Boah! Was machst du da? Bist du besoffen, Junge? Der hat den aus der Hand geschlagen, Bruder. Der hat den rausgetreten. Du hast es nicht gesehen. Du redest einfach, was er sagt. Ich bin der Liderichter hier. Ich hab gesehen, genau. Er will es aufheben. Samy kickt weg. Tritt war da drin. Aber wenn man geht nicht, hab ich schon zu zwei Tore an 0. Das hab ich hab nicht verbranchen, Alter. Das werden wir nicht verbranchen, Alter. Mach ernst, du musst ihn machen. Ich lass den laufen, Alter. Ich kann eh nicht mehr. Wow, so gut im Szene. Wie bist du jetzt? Ich liebe euch alle, aber ich hab was Neues vor, damit wird er nicht rechnen, du auch nicht, Elias. Du wirst damit nicht rechnen, ehrlich. Was ist das für ein Banneschwein? Sackgau! Jamal! Jamal! Der war krass, der war krass. Ey, der hat einfach ein Lappel, ja, der war krass. Ich hab da jetzt wirklich so umgespielt. Puh, shit. Ciao! Aua! 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 Der ist noch drin, der ist noch drin. Du musst auf alle, schau dir gleich ein und ich fresse, ja. Mein Herz tickt nicht mehr, Chet. Mein Herz tickt. Ja, später schießt, ne? Ja, ist dir unentschieden grad. Aber normal. Aber Goal und Goal, ne? Ja, aber normal. Jamal, bitte, ja. Nicht du feste. Geh, nicht du feste. Komm, Jamal, zeig, wofür du jahrelang trainiert hast, Baby, ja. Links! Oh! Du hast getrickt. Fuck, du hast getroffen. Darf ich? Ja. Nein! Das war mein Scheiß, ey! Ach, starker Ticker. Ja, normal. Junge, gib aus, Bruder. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco. Freunde, dafür brauche ich jetzt einmal wieder den Puster. Fußtet einmal. Fußtet, ich bin so heiß gerade, ehrlich. Danke. Ehrlich. Danke, ey, ehrlich. Nicht mehr. Alter, Junge, was für ein Laternen-Singer hab ich dir am Tor gestellt, ja? Ey, das weiß ich. Gute Nachricht hier. Soll ich dir aber auch eine gute Nachricht sagen? Nee, will ich nicht hören. Die Leute haben gesagt, für Oma Rosi. Und ihr wisst, was ich für Oma Rosi mache, ja? Für Oma Resi. Für Oma Resi. Für Oma... Oma Resi! Mein Gott, du lass dich kommen, Mann. Ich hab mich noch nie so ernst spielen gesehen. Ich hab mich noch nie so ernst spielen gesehen. Ich hab mich noch nie so ernst spielen gesehen. Bist du ready? Naja. Alter, Junge. Alter, Junge. Alter, das war zu feste. Der übertrefft die ganze Zeit. Nee, der war zu drei Mal dritter. Thomas. 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 Guck mal, jetzt. Halt die Fresse, geh zur Seite. Geh zur Seite. Geh zur Seite. John, der Nachmacher. Dann machen wir wieder mal Trick nach. Das ist auf jeden Fall Applaus wert. Junge, was hast du da gesehen? Was hast du da gesehen? Was hast du da gesehen? Ich geh nach Hause gleich. Ich schoffe alles, ja? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab mich verletzt. Ich meine, das ist ernst, Bruder. Ich hab einen Dehnerriss, ehrlich. Soll ich einmal dehnen? Obwohl du verletzt hast. Was macht der da? Spürst du das? Was passiert, wenn man hier drauf drückt? Hör mal auf. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich brauche eine Bandage. Entschuldigung, ich brauche eine Bandage. Wir spielen bis vier. Zwei Tore einzeln und zwei Tore mit Torwart. Das ist fair. Ja, okay, aber dann würde ich mit Torwart anfangen einzeln. Okay, mit Torwart anfangen. Also das Tor, wenn das jetzt mal reingeht. Okay. Okay, lass uns bein, wir haben noch 15 Minuten Zeit. Also, meine liebe Freunde, wir spielen jetzt auf ein Tor. Jemma geht ins Tor, aber mit zwei Tore. Danach geht es auf dem ganzen Feld. Okay, lass uns bein, wir haben noch 15 Minuten. Schick nach Schuck, wir ball an. Gib mir einfach Kinderhandschuhe. Ey, guck mal. Spür, ich verstehe keinen Spaß mehr gerade. Was macht der denn? Ja, renn, renn, renn. Ey, Ballsperre. Er drüffelt sich selber aus. Dann komm her. Ey, fass mich nicht an. Fass mich mit deinen scheiß Armen nicht an. Ey, fass mich mit deinen scheiß Armen nicht an. Ey! Ja! Was ist los, Podolski? Was ist los, Podolski? Da wird so feste schießt. Er hat noch nie in seinem Leben Ball gesehen. Ich spare meine Energie vor, das ist taktisch bedingt. Ich kann nicht mehr, ich krieg keine. Ey, die Leute sagen, du bist Deko. Oh! Er spielt immer mit seinem Arsch. Ich schwaff meine Mutter. Ich schwaff den Ball ab. Nein, nein, nein. Ich schwaff den Ball ab. Ich schwaff den Ball ab. Elfmeter. Seit dann darf man hinterm Tor mit dem Tor stehen. Erzählt doch nicht über den Elfmeter. Klar davon das. Du hast Elfmeter. Ich hab Elfmeter, komm. Anstatt dass er zählt. Komm, ich bin nett an mich. Eigentlich hätte ich gesagt, der wäre. Aber wenn der eigene Spieler dafür ist, dann komm. Der holster Trump, oder? Ja, wenn der eigene Spiel ist. Er kennt sowas nicht. Er weiß nicht was das ist. Das ist ein roter Ball, der ins Tor muss. Er kennt sowas nicht. Er kennt das. Er geht immer durchs Normalen. Er übertreibt, Mann. Soll ich schlecht schießen? Warte, warte, geh du mal ins Tor. Geh du mal ins Tor. Ich bin kein Torwart. Ich bin kein Torwart. Ey, du bist der Torwart, Bruder. Wo machst du? Ich hab meinen Rücken auf Stein, Bruder. Wie er extra für den macht. Der hat zu viel FIFA gespielt. Ich schwaff meine Mutter. Du spielst immer mit deinem Arsch, Bruder. Wie mit meinem Arsch. Ja, auf einmal hält sie jeden Ball. Der kriegt eigentlich keine Kinder mehr. Auf einmal hält der jeden Ball, ja? Auf einmal hält der jeden Ball, ja? Ey, lass uns stehen, lass uns stehen. Ey! Ey! Ey, ey, ey! Ey! Ey, ey! Lass doch mal, Junge! Boah, ich brauch also Hilfe nicht mehr, ich schuhe Falles. Ja, wie's hilft dir, ey. Wie ein Fisch im Fischnetz, Alter. Ich schuhe Falles. Das zählt nicht, Bruder. Ja, das zählt ja nicht, Bruder! Zählt nicht, zählt nicht. Dann geh ich zurück, okay? Schau mal, du gehst links, ich geh rechts im Tor. Stark! Ich spiel mit meinem Ball jetzt, okay? Das ist der schlechte Torwart! Das ist deine Sch... Hast du ja noch mal gesehen, erst mal? Bevor ich weiter spiele, hast du ihn gesehen? Okay. Was macht er da, ja? Was machst du da? Hallo, hallo, hallo! Boah, das ist doch... Frau, dein Vater, wo bist du Deko? Steh auf, steh auf, steh auf! Thomas, geh auf, geh auf! Geh doch raus, Simi! Du bist Deko, Bruder! Simi, geh doch raus! Ich hasse Fußball so langsam, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Steh doch raus, Bruder! Ey, 3-2 für mich, ne? Schaffst du noch? Wenn ich Ball habe, das darf er nicht, das darf er nicht, das darf er nicht, aber er darf das! Versteh ich nicht! Das ist deine eigene Logik! Schreng das bisschen an, jetzt bin ich ein bisschen strenger, ich war gerade ein bisschen lockerer, ne? Ich hasse dich niemals! Cornelius! Niemals hasse ich den, Alter! Cornelius! Ich kann mal Kuss haben! Du bist Deko! Nee! Ich hab' nicht mehr, ich hab' dir eh schon gefallen! Ich will, ich kann nicht mehr, ich hab' dir eh schon gefallen! Check! 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 Anni! Ey! 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 Hilf mich schnell, hilf mir schnell, das reicht! Zeh mir, das reicht! Schleif, hilf mir raus! Schleif, hilf mir raus! Schleif, hilf mir! Ich bin verletzt! Schleif, du hast alles kaputt gemacht! Zieh mich mal ruf, schule! Gewonnen! You make me a little low, okay! Zwei Challenges gewonnen, du hast eigen gewonnen! Wir haben gesagt, wer das gewinnt, der muss zahlen! Ich hab' doch eh schon gezahlt! Sollen wir Trikos ausmachen, Bruder? Nein, erlaub dir das! Schwacher Fuß! Schuss, Elfmeter, Schuss! 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 Drei Schüsse! Boah, ich hab' ganz oben gespielt, sag' ich doch! Boah, ich hab' ganz oben gespielt, sag' ich doch! Boah, ich hasse doch Fußball, Bruder! Ja, hör' doch auf mit, Bruder! Ich schwör', ich mach' das nicht mehr! Ey, Cornelius, rechter! Oh mein Gott, Jamal Oetschuss! Nein! Boah, ich wollt' den Neymar machen! Aber letzter Schuss geht rein, ja! 0-0, jetzt Rabona! Rabona! Ja, bringt gar nix, Bruder! Ja, bringt gar nix! Ja, ach nee! Oh Junge, ja, ich hab' keinen Bock mehr, ja! Jetzt noch einmal! Jetzt noch einmal! Wir haben noch eine Minute! Diese eine Minute müssen wir ausnutzen, Freunde! Sollen wir den in die Fresse schießen? Richtig fest abschießen? Ja, dann hast du verloren, mach doch! Ja, Mann, ich hab' doch... Wie lange ist das Scheiß egal, Bruder? Am Ende ist doch, ich hab' doch ihr gezeigt! Lass' denn einfach in die Fresse schießen! Also, ich schieß richtig fest ab, okay? Schieß! 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 Oh mein Gott! Schieß! 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 Boah, ich dachte... Ah! Ah! Ich will, dass der stecken bleibt, ich will keinen Schuh mehr haben! Okay? Ich weiß, dass der Schuh mehr raus... Meine Frise bleibt doch mal da oben stecken, Junge, ja! Der ist oben! Der ist oben! Hä? Ey, war richtig geil! Ey! Seid morgen dabei beim Gewinnspiel! Verpasst nichts! Es ist zu wild! Zu wild! Schieß! Schieß! Ich liebe euch! Willst du auch was sagen? Nein! Schieß! 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 Sollten wir so episch machen, wenn wir noch laufen... Wie die Kamera noch läuft so... Schieß! Danke.